Mike Tindall liebt TV-Challenges, Glücksspiel enthüllt Er ist unbestritten der bunte Vogel unter den Royals. Mike Tindall, 44, verleiht der königlichen Familie seit seiner Heirat mit Queen Enkelin Sarah im Jahr 2011 einen Hauch sympathischer Derbheit. Sein Humor ist herb und bodenständig und seine Unabhängigkeit unbezwingbar. Das zeigte sich zuletzt bei seiner Teilnahme an der britischen TV-Show IMA Celebrity. Punkt, Get Me Out of Heere, die er zwar nicht als Dschungelkönig mit einem dicken Schäck verließ, aber durchaus als royales Plaudermäulchen. Nur zu gerne verriet er am Kämpfeuer einige pikante Details aus seiner Ehe mit der Tochter von Prinzessin Anne. 72, und unterhielt damit angeblich sogar zur Verwunderung aller die eigene Schwiegermutter. Den im Vorfeld umstrittenen Fernsehauftritt hatte der frühere Sportler ohne Rücksicht auf die Verwandtschaft durchgeboxt. Und schon einige Jahre zuvor ließ sich das selbstbewusste Rauberin nicht von seiner Freude an Reality-Formaten abhalten, und auch damals ging es bereits in einen Millionen-Gewinn. Im Jahr 2015 ließ sich Tindall bereits schon einmal von einer TV-Herausforderung verführen. Damals nahm der royale Abenteurer an der Sendung Scharkage teil und pokerte um einen Riesenbetrag, allerdings ebenfalls ohne das Spielerglück auf seiner Seite zu haben. Ich wurde in den Hintern getreten, verriet er zwei Jahre später im Gespräch mit Poker-News. In der Spielshow trat er gegen Poker-Profis, Prominente und Online-Qualifikant, innen an. Das Preisgeld war nicht weniger beeindruckend als im Dschungel-Kamm, während der Gewinn der Krone in Australien mit einem Preisgeld von einer Million Pfund, ca. 1. 1 Millionen Euro, verknüpft war, warteten bei jenem Wettbewerb eine Million US-Dollar, rund 930.0 Euro, auf den besten Zocker. Mike schlug sich offenbar grandios, doch kurz vor dem finalen Triumph scheiterte er. Ich habe mir den Hintern aufgerissen, erinnerte er sich. Doch trotz der enttäuschenden knappen Niederlage hat ihm das Erlebnis offenbar eine unvergesslich aufregende Zeit verschafft. Es war sehr einschüchternd, mit Profis wie Daniel Negriano und Phil Lark zu spielen. Aber es war eine tolle Erfahrung und ich hatte eine Menge Spaß. Anführungszeichen. Blutgeleckt hatte er in jenem Jahr bereits bei der Wintersport-Challenge The Jump of Channel 4. In diesem Format konkurrierte er mit anderen Prominenten in Disziplinen wie Bobfahren, Schlittschuhlaufen, Ski-Cross und Riesen-Slalom. Im selben Jahr kämpfte er sich mit sieben anderen britischen Stars in der Show Berg Rüls, Mission sowie mit zwölf Tage lang in Costa Rica durch schwieriges Gelände und übte sich in Überlebensstrategien. Doch nicht nur für die Kameras und seine persönliche Herausforderung stellt sich Mike inzwischen ungewöhnlichen Aufgaben. Am vergangenen Wochenende absolvierte der 44-Jährige eine Fitness-Challenge für den guten Zweig. Deren Erlös dem Rugby-Spieler Ed Slater, 34. zukommen wird. Sein junger Sportskollege leidet an einer Form der neuromuskulären Motoneuronerkrankung. Eine fortschreitende Schädigung von Nervenzellen, die die Muskelkraft steuern. Dabei kann es im Kopf- und Rückenmark zu einer Lähmung von Armen und Beinen kommen. Auch Funktionen wie Kauen, Schlucken, Sprechen und Atmung sind meist betroffen. An Mikes Seite stellten sich am 12. März eine Reihe weiterer Rugby-Rugby-Stars einer 12-Stunden-Herausforderung im Radfahren. Rudern und Klettern Ein Herzensprojekt, das eindrucksvoll zeigt, der Royale 1000 Sasa ist nicht nur ein unterhaltsamer Maulheld, sondern auch ein tatkräftiger Macher. Verwendete Quelle, PokerNews.com, Instagram.com Jospatescu, Jospatescu, Josponta sus cu rapu, ambitie, tradiție, asta m-a dus cu rapu, decât mai toți ziceau că muzica a pus cu rapu și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, Liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele tante printre tale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte, tobele bat cu inima deodată, nu le opresc că nu s-a atât.